High-End-Gaming für 350 Euro. Kein Problem für den Intel Core i5-13600K und den AMD Ryzen 7 7700X, das Neueste vom Neuesten, was das blaue und orangene CPU-Lager zu bieten hat. Doch welcher der beiden Prozessoren liefert euch das bessere Gesamtpaket und worin liegen eigentlich die konkreten Vor- und Nachteile? Genau das wollen wir heute gemeinsam in diesem CPU-Duell herausfinden und eins vorneweg, es gibt einen ziemlich eindeutigen Gewinner. Dranbleiben lohnt sich, wir legen los, let's go! Auf der Suche nach günstigen Spiele-Keys oder Guthaben-Karten solltest du unbedingt mal bei Instant Gaming vorbeischauen, denn dort findest du eine Riesenauswahl an PC- und Konsolenspielen immer zum absoluten Schnäppchenpreis, teilweise 50, 60 und mehr Prozent günstiger als auf den Spieleplattformen direkt. Ich selbst kaufe meine Spiele schon seit über 6 Jahren bei Instant Gaming und bin wirklich rundum zufrieden. Obendrauf gibt es einen super schnellen 24-7-Support und natürlich werden alle gängigen Zahlungsarten inklusive Paypal und PaySafe-Card unterstützt. Einen Link zum Shop habe ich dir ganz oben in die Videobeschreibung gepackt, vor deinem nächsten Spielekauf also unbedingt abchecken. Was gibt es schöneres als ein weiteres Duell zwischen Intel und AMD? Auf meinem Kanal heute erstmalig ein Raptor Lake gegen ein Zen 4 Modell, also ein Duell zwischen den neuesten Prozessor-Generationen. Um eine faire Vergleichsbasis sicherzustellen, habe ich mich dabei für zwei CPU-Modelle für ungefähr denselben Preis entschieden, nämlich für derweil roundabout 350 Euro. Eins steht auf jeden Fall fest, keiner der beiden Prozessoren braucht sich zu verstecken, denn sowohl der i5-Prozessor als auch das Ryzen 7 Pendant sind voll und ganz High-End-Gaming-tauglich. Und dennoch gibt es einige wichtige Unterschiede, die ihr vor dem Kauf unbedingt wissen solltet. Wie bei all meinen CPU- und Grafikkartenvergleichen üblich, werde ich euch zunächst erstmal beide Prozessoren einzeln vorstellen und anschließend gegenüberstellen. Bei Interesse schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung, denn dort habe ich euch beide CPU-Modelle immer zum aktuellen Bestpreis verlinkt. Legen wir los mit dem orangenen CPU-Lager und dem AMD Ryzen 7 7700X. Gestartet mit einem Preis von ca. 460 Euro im September ist der Zen 4 Prozessor mittlerweile rund 100 Euro günstiger zu haben, nachdem AMD vor kurzem ein bisschen an der Preisschraube gedreht hat. Wie bislang alle Ryzen 7 Modelle kommt auch der 7700X mit 8 Kernen samt SMT, also 16 Threads daher, untaktet mit 4,5 GHz im Basis und stolzen 5,4 GHz im Turbotakt. Jedem Kern steht dabei 1 MB Level 2 Cache zur Verfügung, plus ein 32 MB großer Level 3 Cache zum Teilen. Obendrauf gibt es neuerdings für alle Zen 4 Prozessoren eine iGPU in Form eines RDNA 2 Chips als Notlösung, falls die Grafikkarte einmal streikt. Gefertigt wird der Prozessor übrigens im 5nm Verfahren von TSMC und ist mit AMDs neu eingeführter AM5 Plattform kompatibel. Demnach ist der Ryzen 7 7700X ausschließlich mit DDR5 Arbeitsspeicher kompatibel und unterstützt den neuesten PCI Express Standard der fünften Generation. Sein heutiger Duellgegner, der Intel Core i5-13600K wiederum, unterstützt sowohl DDR4 als auch DDR5 Arbeitsspeicher, ist mit allen gängigen LGA-1700er Mainboards kompatibel und basiert auf dem Intel 7 Fertigungsverfahren. Auf den ersten Blick also kein allzu großer Unterschied im Vergleich zur Vorgängergeneration, doch dafür punktet Raptor Lake mit mehr Kernen und höheren Taktraten. Konkret startet Intel ihren i5-13600K mit 6 Performance- und 8 Effizienzkernen aus, was summa summarum 20 Threads ergibt. Die PCORs in der optimierten Raptor Cove-Architektur takten dabei mit 3,5 GHz Basistakt und erreichen im Turbotakt vereinzelt bis zu 5,1 GHz. Die kleineren iCores wiederum, die vor allem für Hintergrundanwendungen und Multitasking interessant sind, laufen standardmäßig mit 2,6 GHz und boosten auf bis zu 3,9 GHz. Als Level 2 Cache stehen den 14 Kernen insgesamt 20 MB zur Verfügung und in puncto Level 3 Cache sogar 24 MB. Wer auf die integrierte Grafikeinheit in Form der UHD Graphics 770 verzichten kann, hat außerdem die Möglichkeit zur KF-Variante zu greifen, wodurch sich nochmal rund 20 Euro einsparen lässt. Jetzt liegen alle technischen Daten auf dem Tisch, ihr wisst in etwa Bescheid mit welchen CPU-Modellen wir es heute zu tun haben und als nächstes kommen wir zum deutlich spannenderen Teil, nämlich zur eigentlichen Gegenüberstellung. Los geht es mit der wohl wichtigsten Frage, nämlich welcher Prozessor liefert die bessere Spieleleistung? Kurze Antwort, Intel, lange Antwort, es kommt drauf an. Grundsätzlich bieten beide CPU-Modelle eine spitzenmäßige Spieleperformance, im Durchschnitt ist der i5-13600K allerdings zwischen 3 und 7% schneller als die Konkurrenz. Je nachdem, ob ihr eine Nvidia- oder AMD-Grafikkarte verwendet und welche konkreten Games ihr zocken wollt, fällt der Leistungsunterschied mal größer und mal kleiner aus. Dabei beziehe ich mich auf die durchschnittliche Spieleleistung aus 11 verschiedenen Games, laut den Ergebnissen von PC Games Hardware, jeweils gemessen im CPU-Limit. In der Praxis hingegen werdet ihr insbesondere bei Auflösungen von WQHD und aufwärts eigentlich immer ins Grafikkartenlimit laufen und somit ist der tatsächliche Leistungsunterschied, wenn überhaupt, nur ganz minimal. Einen ähnlichen Leistungsvorsprung erzielt der i5-Prozessor außerdem im Bereich der Multicore-Performance von durchschnittlich plus 7%. Diesen Erfolg hat der Raptor-Lake-Prozessor in erster Linie seinen vielen Efficiency-Cores zu verdanken, denn sein direkter Vorgänger der i5-12600K mit nur halb so vielen E-Cores muss sich deutlich geschlagen geben. Multicore-Leistung ist vor allem dann für euch interessant, wenn ihr besonders mehrkernoptimierte Anwendungen verwendet, wie zum Beispiel für kreative Arbeiten, aka Videoschnitt bzw. Fotobearbeitung oder aber auch für Streaming. Das bedeutet jetzt zwar nicht, dass der Ryzen 7 7700X dafür nicht geeignet wäre, allerdings im Durchschnitt eben nicht ganz so gut abschneidet wie sein heutiger Konkurrent. Mehr Leistung ist zwar schön und gut, macht aber nur halb so viel Spaß, wenn der Energieverbrauch darunter leidet und genau an der Stelle spielt AMD seine Stärke aus. Zwar sind beide Prozessoren weit davon weg, als Energiefresser abgestempelt zu werden, doch betrachtet man das FPS-Pro-Watt-Verhältnis schneidet die Ryzen 7 CPU durchschnittlich 14% besser ab. Stellt man nun die durchschnittlichen FPS-Ergebnisse der absoluten Leistungsaufnahme gegenüber, ergibt sich in Sachen Energieeffizienz ein ungefährer Gleichstand. Ein letztes Vergleichskriterium, was man keinesfalls außer Acht lassen sollte, betrifft das Thema Mainboard bzw. Plattform. Wie bereits angesprochen, unterstützt der i5-Prozessor alle gängigen LGA 1700er Boards, wohingegen ihr für den Zen 4-Prozessor eine entsprechende AM5-Platine benötigt. Diese ist tendenziell nochmal eine ganze Ecke teurer als vergleichbare Intel-Platinen und setzt teureren DDR5-Arbeitsspeicher voraus. Bei Intel hingegen habt ihr nach wie vor die Wahl zwischen DDR4 und DDR5-Ram-Modulen, je nachdem was besser in euer Budget passt. Dafür punktet AMD mit einem Plattform-Support bis mindestens 2025, während die nächste Intel-Generation höchstwahrscheinlich schon auf einem neuen Sockel basieren wird. Kurz und knackig zusammengefasst überzeugt der i5-13600K mit mehr Spiele und mehr Multicore-Leistung, wenn auch nur im einstelligen Prozentbereich. AMD hingegen bietet das bessere FPS-Pro-Watt-Verhältnis bei einer zeitgleich zukunftssichereren Plattform. Dafür sind Intel-Mainboard zusammen mit DDR4-Arbeitsspeicher, um einiges günstiger zu haben und wer noch mehr sparen möchte, greift direkt zum i5-13600KF ohne iGPU. Letzten Endes ist Intel aus meiner Sicht zumindest zum aktuellen Zeitpunkt deutlich attraktiver. Schreibt mir aber gerne auch eure Meinung dazu unten in die Kommentare und lasst außerdem ein kostenloses Abo da, um kein weiteres Hardware-Duell mehr zu verpassen. Hier links im Bild habe ich dir jetzt noch meine brandneue CPU-Kaufberatung verlinkt. Schaut dort auf jeden Fall mal rein, denn dort ist für jedes Budget was Passendes dabei. Und an der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video, bis dahin, tschau tschau.